Hallo liebe Leute, hallo liebe Mitglieder der Marshall Arts Academy Mannheim, hier ist der Björn und ich melde mich bei euch, weil ich etwas anzukündigen habe. Und zwar werde ich nach circa 13 Jahren selbst Schüler, Wettkämpfer und auch Trainer der Marshall Arts Academy zum 1. Oktober die Marshall Arts Academy Mannheim übernehmen. Wir werden viele neue Angebote haben, unter anderem bauen wir die Halle nochmal schöner für euch um. Wir öffnen auch unter neuen Namen und es kommen auch viele tolle Angebote im Kampfsportbereich dazu. Zum einen kann ich schon verraten, dass wir eine Affiliation im BJJ slash Grappling mit Matrix Jiu-Jitsu haben werden, unter dem Head Coach René Becker, einer der besten Leg Lock Experten in ganz Deutschland. Wir werden einen Schwarzgut haben, der uns wöchentlich im BJJ, im Grappling unterstützt und im Trainerteam dabei sein wird. Was das Thai-Boxen angeht, haben wir weiterhin unsere qualifizierten Trainer, wie ihr sie kennt. Wir werden das Training aber so gestalten, dass das Sparring nochmal separat stattfinden wird, sodass auch ihr teilnehmen könnt, wenn ihr nur Lust habt, fitnessorientiert zu trainieren und kein Sparring zu machen. Wir werden den Functional Fitness Bereich ausbauen und auch Functional Fitness wird im Trainingsplan ein Bestandteil sein, sodass ihr herkommen könnt und euch fit machen könnt. Es wird BJJ Kindertraining geben, von ganz, ganz klein, wie meine Tochter, bis etwas größer im Jugendalter und natürlich noch vieles, vieles mehr. Das Tolle für euch zu wissen ist, wenn ihr schon Mitglied der Martial Arts Academy Mannheim seid, dann bleibt euer Tarif natürlich so, wie er ist. Euer Vertrag bleibt bestehen und ihr dürft das Mehrangebot zu den selben Konditionen nutzen. Wenn du noch kein Mitglied bist und dieses Video siehst, dann speichere dir schon mal den 10.10. ab. Das wird der Tag sein, an dem wir die Kampfsportmanufaktur Mannheim eröffnen und da habt ihr natürlich auch die Chance, mit vielen Specials euch an diesem Tag anzumelden. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und mich unterstützt. Ich habe schon sehr viel Unterstützung bisher erfahren, auch vom ganzen Trainerteam. Wir haben schon ein bisschen mit dem Umbau hier begonnen und ich freue mich ganz, ganz arg, hier viel Zeit, Liebe und Energie reinzustecken und ich hoffe, du bist dabei. 10.10. speichere dir das ab und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.